Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen über weitere Kämpfer, die bei Famefighting antreten werden. In den vergangenen Wochen und Monaten tauchten ja immer wieder Gerüchte auf, aber erst wenige Kämpfer sind bestätigt. In meinem letzten Video habe ich unter anderem auch Valentina euch vorgestellt, die nun auch bei Famefighting definitiv mitboxen wird. Nun hat Eugen, der Veranstalter von Famefighting, zusammen mit der BILD 4 weitere Kämpfer vorgestellt und die schauen wir uns heute mal an. Und vor allen Dingen auch, wie reagiert eigentlich das Internet, denn die ein oder andere Überraschung ist schon mit dabei, wo ich persönlich schon ein bisschen verwundert war. Meine Lieben, all das heute hier in diesem Video und wenn du hier nichts von Famefighting mehr verpassen möchtest, dann für dich herzlich eingeladen, mich unserer mittelgroßen Trashfamilie anzuschließen. Ich werde natürlich immer mal wieder über Famefighting hier berichten und selbstverständlich auch den großen Kampf hier mit euch live als Kampfmoderator besprechen. Das wird richtig super werden, genau wie die letzten Jahre, das machen wir und jetzt Feuer frei. Famefighting, das große Box-Event der Trashstars, so möchte man es schon fast nennen. Und deswegen kommen wir auch gleich zu dem ersten Herren, der hier angekündigt wurde, wo ich überrascht war. Und zwar sprechen wir über Erik Stehfest und da war ich wirklich sehr, sehr überrascht. Ich habe mit ihm null gerechnet, aber ich habe mich tatsache ein bisschen gefreut, denn Erik ist so jemand, wir haben es ja auch im Dschungelcamp gesehen, der hält von sich sehr viel, das ist auch völlig in Ordnung, aber er ist auch von sich sehr selbst überzeugt. Und jetzt hat er endlich mal die Chance auch abzuliefern und den Zuschauern mal zu zeigen, was so wirklich in ihm steckt und was er, ja, was er so, sagen wir mal, was er sporttechnisch so drauf hat. Ansonsten das Bild an 5600 Herzen, 240 Likes, erstmal so als kleine Randinformation. Es gibt schon einige, die sich über ihn freuen. Wir gucken uns mal die vier meistgeklickten Kommentare an. Das wäre der erste, mit denen habe ich nicht gerechnet. Stark, gefällt 170 Leuten und genauso war es ja bei mir auch. Also ich habe, als ich das gesehen habe, es macht halt absolut Sinn, aber es kam halt absolut unvorbereitet. Die Überraschung hat zumindest bei mir gezündet. Dann haben wir diesen Kommentar. Wow, das ist mal eine Überraschung. Mal einer, den man nicht nur von Raddity kennt. Das wird krass. 220 Herzen. Und Erik Stiefest ist natürlich auch als Schauspieler bekannt. Und das macht die Sache vielleicht auch mal so interessant, dass wir wirklich jemanden mal haben, der nicht aus dieser, ja, aus dieser Trash-Bubble nur kommt. Das finde ich persönlich auch ganz gut. Dann haben wir noch diesen Kommentar. Erik kämpft um seinen Kuss mit Gigi. 177 Herzen. Das ist Tatsache nochmal so eine kleine Dschungelcamp-Anekdote. Da war Erik ganz wild darauf, von Gigi einen Kuss zu bekommen, den er aber bis heute noch nicht bekommen hat. Ja, glaube ich zumindest, aber vielleicht ist das die Motivation. Und zu guter Letzt, richtig gut, wenn jetzt noch der Stream dieses Jahr genauso stehfest wäre. 65 Herzen. Und das ist ein interessanter Hinweis, weil das hatten wir bei Famefighting Challenger jetzt im Mai, hatten wir das Problem nicht gehabt. Aber letztes Jahr war das wirklich eine Riesenkatastrophe. Und ich war wirklich, ich hatte Glück gehabt, dass ich den Stream noch auf dem Handy hatte und ich mit euch drüber sprechen konnte. Ich darf natürlich auch hier keine Bilder übertragen oder den Stream live schalten. Das ist ja alles hinter einer Bezahlschranke. Das darf ich nicht, aber ich darf zumindest darüber sprechen, was ich sehe. Und so haben wir ja auch die letzten Famefighting-Events hier gemacht. Und das war eigentlich relativ gut, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr Spaß hattet. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wer vielleicht nicht allzu viel Spaß ist, hat sie, Emmy, Emmy, absolut Zuschauerliebling geworden. Hätte man nicht gedacht. Emmy war ja früher zumindest auch als große Krawallnudel im Fernsehen. Dann aber durch Reality Queens und auch durch Are You The One aktuell hat sie sich so ein bisschen, und das ist so meine Beobachtung zu einer Zuschauer, zu jemanden, den man sie mag, entwickelt. Zumindest sieht man das auch hier im Like-Verhalten. 13.000 Herzen hat sie bekommen und wird mit dabei sein. Es gab ja zu Beginn ein riesengroßes Theater um Valentina und um die Gewichtsklasse. Und letztendlich hat ja Eugen auch schon bestätigt, also es werden definitiv nicht Emmy und Valentina gegeneinander kämpfen. Man hat Emmy auch so richtig trainieren nicht wirklich gesehen. Sie selber sagt, ja, weil ich einfach meinem Gegner, also meiner Gegnerin nicht zeigen möchte, wie ich in Form bin. Kann man so ein bisschen nachvollziehen. Jetzt ist sie aber definitiv mit dabei. Und da gibt es schon die ersten Vermutungen gegen wen. Da kommen wir aber in den Kommentaren zu. Denn ein Kommentar war mit 407 Herzen, gegen wen auch immer du kämpfst, ich bin auf deiner Seite, hasse sowieso alle anderen. Also hier haben wir schon den ersten Fürspruch für Emmy. Dann haben wir den Kommentar mit 428 Herzen. Wahrscheinlich schmeckt es Eva auch nicht, dass Emmy und Chris ein Perfekt-Match waren. Das gucken wir uns noch an. Dann haben wir diesen Kommentar. Es wird bestimmt Eva werden. Eva und Valentina haben heute gemeinsam trainiert. 152 Likes. Und dann haben wir noch diesen Kommentar. 1000% gegen Eva. 245 Herzen. Also ihr seht, hier scheinen sich die Zuschauer zumindest schon richtig sicher zu sein, gegen wen Emmy boxen wird. Und zwar gegen sie hier. Eva, da sehen wir sie. Sie wird dieses Jahr auch mit dabei sein. Wurde erst gestern, glaube ich, angekündigt. Und hier gibt es auch diverse Reaktionen im Netz. Erst einmal nur 3000 Herzen. Ihr seht, sie ist nicht vielleicht ganz so beliebt wie Emmy mit 13.000. Wenn wir jetzt von einem Maßstab sprechen und von echten Likes ausgehen, das kann ich natürlich nicht sagen. Der erste Kommentar war, lieben wir Emmy gegen Eva? 1000% für 347 Likes. Dann haben wir diesen Kommentar von Emmy selbst mit 321 Herzen. Sie hat einfach nur den Clown-Emoji gepostet und sich damit so ein bisschen über sie lustig gemacht. So interpretiere ich das. Dann haben wir diesen Kommentar. Da hat Emmy doch ihre Gegnerin gefunden. 225 Herzen. Und zu guter Letzt noch, vielleicht bekommt sie so hart einen auf den Deckel, dass sie endlich aufhört, ihr Kind zu vermarkten. Dann zieht dem Vater nicht noch mehr das Kind. 83 Herzen. Also hier sind Spannungen schon absolut vorprogrammiert, so wie ich das sehe. Und die Zuschauer sind sich relativ sicher, dass Eva gegen Emmy antreten könnte. In der Gewichtsklasse, glaube ich, sind die zumindest, wenn ich das richtig aus der Ferne betrachte. Ich kenne die beiden ja nicht live. Davon ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Aber das könnte schon klappen. Zu guter Letzt kommen wir zu dem schlechtesten Verlierer, den wir im Trash-Bereich kennen. Alex Petrovic wird auch wieder mit dabei sein, was ich persönlich, ja, ich will ihm natürlich auch wieder die Chance geben. Ja, aber ich finde halt sein Verhalten oder ich fand sein Verhalten letztes Jahr sowas von erbärmlich. Um es mal wirklich ganz hart zu formulieren. Und zwar, ich erkläre euch auch, warum ich da so harte Worte finde. Er ist ja gegen Diogo in den Ring getreten und Alex hat im Vorfeld ganz, ganz viel, eine große Klappe gehabt. Gut, das haben eigentlich alle. Aber er hat halt sehr viel, eine sehr große Klappe gehabt, ja. Ihr wisst alle, was ich meine. Und dann war es tatsächlich so, Alex wurde umgehauen, Diogo hat gewonnen und er hat als schlechter Verlierer sich denn hingestellt und gesagt, Ja, und vielleicht hat er ja Substanzen genommen und so und hat da wirklich richtig, richtig schlecht sich gezeigt. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das muss ich wirklich so sagen. Inzwischen scheint das alles aber geklärt zu sein. Was ich euch aber jetzt schon sagen kann, es kommt nicht zu einem Rückkampf gegen Diogo. Finde ich persönlich auch gut. Also Diogo braucht nicht nochmal gegen Alex kämpfen. Alex muss jetzt erstmal beweisen, dass er es wirklich drauf hat. Ich meine, ich möchte Alex jetzt nicht seine sportliche Fitness absprechen. Er ist bestimmt tausendmal fitter als ich. Darum geht es mir nicht. Mir geht es tatsächlich um sein Sozialverhalten zum Anschluss. Wir gehen mal auf den ersten Kommentar. Der ist von Alex selbst mit 123 Herzen. Und er schreibt, Et Diogo und ich sind aktuell nicht in der gleichen Gewichtsklasse. Demnach können wir dieses Jahr leider nicht gegeneinander kämpfen. Auch wenn ich den Rückkampf so sehr möchte. Eugen sagte zu mir, ich brauche diesen Jahr einen Sieg. Dann kommt es nächstes Jahr zum Rückkampf gegen Diogo. Ich sehe es genauso. Nach der peinlichen Vorstellung letztes Jahr muss ich mir den Rückkampf gegen Diogo mit einem Sieg verdienen. Und das werde ich tun. Zitat Ende. Da haben wir zumindest eine sehr gute Motivation für den Boxkampf. So interpretiere ich jetzt diesen Kommentar von ihm. Es ist natürlich clever formuliert nach der peinlichen Vorstellung. Könnte natürlich beides heißen. Könnte einmal heißen, dass er zugibt, dass er nach dem Kampf sich einfach wirklich nicht gut verhalten hat. Oder aber er hat einfach nur seine eigene sportliche Leistung als peinlich betitelt, weil er verloren hat. Beides ist möglich. Hätte mir hier vielleicht noch ein, zwei versöhnende Worte gewünscht. Aber wo sind wir hier? Also Alex Petrovic hat eine Motivation für den Boxkampf. Die Motivation ist der Rückkampf gegen Diogo, was dann 2025 vielleicht stattfinden wird. Und ja, gucken wir mal, wie das Netz darauf reagiert. Wir haben diesen Kommentar mit 45 Herzen. Und wenn er verliert, hat der andere wieder gedopet. Zitat Ende. Und das ist halt genau, das hat Alex einfach selbst zu verantworten mit seinem Verhalten. Aber genau so denken die Zuschauer über ihn. Oder aber auch, hä, der hat doch mal beim letzten Mal hart abgelost. Zehn Herzen. Und dann haben wir noch diesen Kommentar von Vanessa, die aktuelle Freundin von Alex. Sie schreibt, auf ein neues Alex hinfallen, aufstehen und weitergehen. Und das waren erstmal die Kommentare. Ihr seht, die Kommentare bei Alex, die waren tatsache nicht so hoch geliked. Und da waren auch sehr viele Kritiker dabei, wo ich glaube, dass Alex hier schon sich erstmal wieder neu behaupten muss. Aber Alex hat ja eh nicht so den besten Ruf. Das hängt auch mit seiner Vergangenheit der letzten Jahre im Fernsehen zusammen. Meine persönliche Einschätzung zu den neuen Teilnehmern. Wir haben jetzt ja schon eine Menge Kämpfer gesehen. Ich bin sehr gespannt auf Famefighting. Ja, glaube und befürchte aber, dass dieses Event dieses Jahr nicht mehr so diesen krassen Fokus und diesen krassen Hype hat, wie letztes Jahr im November. Ich rede hier nicht von Famefighting Challenger. Das hatte auch nicht so einen großen Hype, wenn ich das mal so vergleiche. Letztes Jahr bei Famefighting waren bei uns hier im Stream bis zu 11.000 Leute, die mir zugehört haben. Während bei Famefighting Challenger hier nur 500 Leute drin waren. Das heißt, wir haben hier auch einen ganz, ganz klaren Unterschied gesehen. Ein Grund dafür natürlich war, dass der Bild-Livestream stabil war. Das heißt, die Zuschauer brauchten keinen Ausgleich-Stream. Das heißt, das war natürlich auch ein Grund. Aber ich glaube, dass dieser Fokus auf Famefighting dieses Jahr nicht allzu sehr liegt. Und das hat auch seinen Grund. Ich fand, dass Famefighting war ja letztes Jahr relativ zeitgleich mit dem Sommerhaus der Stars, wo ja Gigi und Can aneinander geraten sind. Diese Ausstrahlung folgte ja so um den Oktober herum. Im November war Famefighting. Und das war quasi schon ein riesengroßer Marketing-Push für Famefighting, wo ich glaube, viele Zuschauer überhaupt darauf erst aufmerksam geworden sind. Alle wollten den Kampf zwischen Gigi und Can sehen. Und natürlich hat auch Valentina im Vorfeld ihr Teil dazu beigetragen, dass man sehr viel über dieses Event spricht, wie ja hier auch auf dem Kanal. Weil sie halt einfach so sehr auch gegen Gigi natürlich öffentlich gebieft sich hat, ja. Das heißt also, damals war das Scheinwerferlich schon sehr fokussiert auf diesen Can-Gigi-Kampf, der ja auch als der Kampf des Abends, glaube ich, zum Schluss ausgestrahlt wurde. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Entweder war wirklich der Kampf, nee, ich glaube, Diogo gegen Alex war der finale Kampf und Gigi und Can war nur der Vorkampf. Oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich möchte hier nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall war der ja von der Erwartung her mit einer der meist erwartesten Kämpfe. Das kann ich mit gutem Gewissen so sagen. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr nicht allzu sehr haben. Es kommt ein bisschen darauf an, wer noch veröffentlicht wird. Es kommt ein bisschen darauf an, gegen wen wird Valentina kämpfen. Valentina wird ja diesen Sog der Interessierten natürlich auch ein bisschen mit anziehen. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin dieses Jahr genauso motiviert wie letztes Jahr, glaube aber, dass der Erfolg nicht vom letzten Jahr getoppt werden kann. Außer aber, es passiert noch irgendwas, was ich noch nicht weiß, dann kann das natürlich sein, was ich euch aber verspreche. Egal, wer antritt, ich werde natürlich über Fanfighting hier mit euch reden und natürlich auch hier die Live-Berichterstattung machen, wenn denn die Kämpfe kommen, meine lieben Alters, hier auf diesem Kanal. Abonniert den Kanal gerne, dann verpasst ihr nichts mehr vom Fanfighting. Schaut alle mal, ob ihr die Glocke aktiviert habt, damit ihr auch die Benachrichtigung bekommt. Ich verabschiede mich jetzt aber. Wir sehen uns heute noch zweimal wieder. Einmal zu unserem großen Livestream heute Abend um 18 Uhr, unsere Trash-Horror-Night. Das wird ziemlich interessant werden. Und natürlich nochmal heute um 14 Uhr mit einem Thema, was auch dann eine Berichterstattung erstmal abschließt. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch einen wundervollen Sonntag und bis 14 Uhr. Tschüss. Musik 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 Musik